Hallo Wassander Freunde, um den Jagdpanther G1 mit Spaß und Erfolg fahren zu können, muss man sich seine Geschwindigkeit, Mobilität, Panzerung und natürlich Feuerkraft zunutze machen und kennen. Wenn ihr vier Minuten dran bleibt, steht euch dazu nichts mehr im Wege. Genau wie sein Namensvetter ist er mit einer durchgehenden Frontplatte in einer Stärke von 80mm gepanzert, die in einem 55 Grad Winkel auf eintreffende Geschosse wartet. Anders als beim Panther fehlt uns hier aber der Turm und damit auch diese Schwachstelle. Zum einen prallen diverse Granaten einfach von euch ab, weil der Einschlagswinkel so unvorteilhaft ist und zum anderen haben konventionelle Granaten Probleme, die 120mm oder dickere, effektive Panzerung zu durchdringen. Moderne Heat-FS-Granaten haben das Problem nicht, also Obacht. Zu den Schwachstellen gehört das MG-Nest links, auch wenn dieser Punkt wirklich klein ist, und die untere Platte, wobei alles, was da durchkommt, in der Regel von Getriebe absorbiert wird, nur fahren es dann halt nicht mehr. Mit einem Gewicht von 46 Tonnen und 600 PS kommt er auf 13 Pferdestärken pro Tonne und ist damit so mobil wie der Panther. Ehrlich, 46 kmh vorwärts und leider auch 4 kmh rückwärts. Ein Panther ohne Turm bleibt halt ein Panther. Wenn ihr dennoch mal verschwinden wollt, ist der Jagdpanzer mit demselben Rauchgranatenwerfer wie der Panther A ausgestattet, der eine einzelne Granate in Fahrtrichtung ausstößt und sehr schnell nachgeladen ist. Bei der Kanone jedoch gibt es einen großen Unterschied von 13mm, denn der Jagdpanzer ist mit der langen 8-8-Kampfwagenkanone 43 ausgestattet, die für den Tiger II entwickelt wurde und zwischen 9,7 und 7,5 Sekunden nachgeladen ist. Diese kann 11 Grad nach links und rechts sowie minus 8 Grad abwärts gerichtet werden. Wollt ihr weiter nach links und rechts, müsst ihr mit dem ganzen Panzer zielen. Was zuerst wie ein Nachteil wirkt, ist sogar ein Vorteil. Ihr wollt doch immer, dass eure Frontpanzerung zum Gegner zeigt und dieses Design zwingt euch dazu. Weniger Raum für Fehler. Natürlich offenbart dies auch eine Schwäche. Verschießt euch der Gegner eine Kette, seid ihr stark limitiert. Ihr könnt zwar mit einer Kette den Panzer immer noch drehen, jedoch dauert das zu lange und exponiert eure Seiten. Darüber hinaus muss man dafür das Reparieren unterbrechen. Es ist eine traurige Situation. Glaubt mir einfach. Bei der Munition steht euch die bewährte Panzergranate 39 sowie die Panzergranate 40 zur Verfügung, falls ihr mal durch was richtig Dickes durch müsst. Werner habt ihr Sprenggranaten sowie Hohlladungsgranaten mit einer Durchdringung von 110mm im Arsenal. Es ist eng im Jagdpanther. Eure Besatzung sitzt eng gedrängt und die Munition ist in vier Magazinen an den Seiten. Ihr könnt bis zu 49 Schuss mitnehmen, die ich euch empfehle, da eine Reduzierung keine größeren Überlebenschancen bietet und eh alles in den Seiten gelagert ist. Am besten glänzt der Jagdpanther, wenn ihr die minus 8 Grad Gun Depression an einer Hügelkuppe voll ausnutzt und auf euren Gegner richtet. Steht ihr 100% richtig, prallen die feindlichen Granaten in einem Winkel von ca. 60 Grad auf eurer Frontenplatte auf bzw. ab. Sucht euch einen entsprechenden Hügel mit guter Aussicht auf strategisch wichtige Räume und zeigt dem Gegner, der Jagdpanther wohnt jetzt hier. Das funktioniert gerade am Anfang eines Matches sehr gut, bevor Gegner die nötige Strecke zum Flankieren zurückgelegt haben können. Noch besser, wenn ihr genau diese Laufwege ins Visier nehmen könnt. Und verpasst nur nicht den Moment, wo die Mieterhöhung zuschlägt. Das tut dann weh. Ich mag den Jagdpanther. Seine clevere und starke Panzerung, seine extrem leistungsstarke Kanone und seine Geschwindigkeit machen ihn zu einem angenehmen Panzerjäger. Der Verlust der Kette und der wahnsinnig schnelle Rückwärtsgang sind die Schwächen dieses herausragenden Panzers. Die wichtigsten Fähigkeiten zum Fahren des Jagdpanthers sind das Zielen auf Entfernung sowie Situations- und Kartenbewusstsein im großen Stil. Wenn ihr darüber ein eigenes Video von mir haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Man schießt sich. Peregrin Ende.